Das sind sie, unsere Star-Tagebuch-Band 2011. Es ist warm in Kassel, oder? Ja, ich schwitze ein bisschen, aber auch gut, dass es hier viel tanzen und dann wird man ein bisschen nass. Und dann bringt den Dr. Angegau und schwitzen, oder? Nicht so viele Fans? Ja, das ist wirklich Hammer, was wir so viele tolle Fans haben. Wirklich, danke für's mitmachen, war super. Und wir haben hier einen ganz besonderen Fan...